Ich will nicht in die Arena. Nein! Ich bin wieder da. Ich bin wieder da. Ich bin wieder da. Verdammt. Ach, das ist Nox. Nox als Nox Trap. Okay. Oh oh. Oh oh oh. Und die Schnauze, Klebby. Stech, stech. Ich stech dich auch gleich. Quatsch. Woah. There they go. $%x! $%&$%&! $%&$%&! wuschelt keine münne Oh, was ist denn das? Viva la Revolution! Unmöglich eine Explosion. Ja, da kommen dann immer die... Schießt zwar nicht so toll, aber eke. Nichts. Oh, nee. Oh. Oh. Okay. Mal weiter. Was haben wir denn hier? Schock mal eins, Magazingröße plus 15. Was ist das? Oh. 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 Unfortunately. Müll, 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 müll! Was machen wir hier noch aus? Schmerzen Sind halt die Generation, da haben wir noch 400, dafür höhere Ladischen Geschichten Schmerzen Nee Ladwingschaden Wollen wir mal mitnehmen und verkaufen 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 Verkaufen, verkaufen Irgendein Prototyp Hä? Gesundheitsregeneration für's Team Nimm ich lieber kritische Trefferschaden, das ist, weiß ich nicht 80% Sniper Rifle Nur 10% mehr Hmmmm Fokus, Kaliber, Ausruf Was bedeutet Fokus? Was bedeutet Kaliber? Was bedeutet Ausruf? Was ist das? Was ist das? Erstmal saifen Das mal saifen Und dann nehmen wir den mal rein So Was haben wir noch? Nicht wahr, noch Wird 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 218 Mal vergleichen Ja, die sind ein Ticken besser Höhere Feuerrate Ne, weniger Feuerrate Ja Dann Äh Weg Ne, mül, 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 mül Schrotz auch mal mit auch mal mit Ok, bevor wir da oben drücken hier unten haben wir noch Spinde Spinde, Spinde, Spinde Spinde, Spinde, Spinde Was haben wir denn hier? Ausrüstengranate fliegen automatisch in die Luft und zielen auf darunter befindliche Feinde Ok Jäger 65% kritischer Schaden 3 Fokus, 4 Kaliber, Ausruf Ich glaube das ist sogar noch mal besser wie die andere da haben wir zwar 5% weniger critical aber hat mehr Dingens zu kirchen Genau das war 70% Mal vergleichen hier Den brauchen wir auf jeden Fall nicht Bloodwing Dings brauchen wir auch nicht Das war 3, 2, 2 Ok Den können wir verkaufen noch Das war Das war Wie man das nicht einfach so auswählen kann 80% 3 Fokus, den kommen wir weg 70% den kommen wir auch weg Hier haben wir zwar 65% Wir haben aber 3 Fokus Kaliber und ein Ding auch noch dazu So Was sind wir hier? Pistole 200% Nahkampf Schaden Achso wegen dem Wasser da dann Zielgenauigkeit Ah Ah 255 Aber kein Schock Ok egal Wir nehmen mal die mit Ok Wir nehmen nochmal Pistole Wir nehmen mal mit Wir nehmen mal auch mit Die verkaufen wir Die verkaufen wir Und Das verkaufen wir Und das verkaufen wir auch Ok Gut Wir haben alles sortiert und gedönst Wir nehmen noch irgendwas Nein Dann drück das Knöpchen Ausgezeichnet Sie haben möglich gemacht Was mein Team für unmöglich hielt So profitiert man, wenn die Erwartungen niedrig sind Kommen Sie wieder her Dann folgt Phase 2 von Operation Trap-Clap-Trap-Trap Clap-Trap-Trap-Trap-Trap Ja, ist klar Was ist hier? Alter Alter Kommt runter ihr Schweine So treff ich euch nicht Hier Scheiße Jetzt ist die Brücke auch noch oben Ok Wir laufen da nochmal durch Lämmen auch hier durch Da Jetzt ist grün Alles klar Alles klar Alles klar Nicht schlecht, nicht schlecht Nicht schlecht Wir haben auch so'n Gehirn drauf Wir haben auch so'n Gehirn drauf Höchst effektiv gegen den Was ist das? Mal so'n Gehirn drauf Ich hab ihn Whoa Tack Gott Jetzt 肉 Woh tun Das Das Huh Ich Just Gehirn D Ja genau, jetzt kommen wir uns zu der Brücke, dann kann ich die da wieder runterladen. Oh, die geht automatisch, okay. Oh. Es sind natürlich schon verlockend, diese Waffen, aber die sind halt mega kacke eigentlich. Okay, jetzt hier raus, da lang. Okay. 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 Was ist das? Willst du als Erster bei der Kammer sein, musst du die Konkurrenz aufschalten. Okay, haben wir das vor. Wo war es? Achso, verkaufen können wir noch alles. Oder Platz kriegen. Warte, komm mal auf, attacken. Okay. Können wir hier noch neben Mission, eventuell. Nö. Ah. Jetzt wieder dampen wir sich noch. Zum Müll war wieder. Na ja. Hat sich definitiv gelohnt, da reinzuschauen. Äh. Ja. 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 Es warten aufregende Möglichkeiten. Weiter zu Phase 2. Unsere Aufklärung meldet, dass der Feind eine Fabrik in der Nähe benutzt, um eigene Claptraps zu bauen und auszubessern. Dies ist eine klare Verletzung zahlreicher Patente und Urheberrechte von Hyperion. Außerdem bauen sie eine Roboterarmee, was auch nicht toll ist. Lassen Sie die Brücke runter, dringen Sie in die Fabrik ein und legen Sie sie still. Und bitte alle Quittungen aufheben, sonst gibt es keine Kostenerstattung. Okay. Ich denke, es gibt keine Phase 2, 3 und so. Naja, gut. An die Arbeit. Dann würde ich sagen... Gehen wir hier das Gummiding suchen noch. Reifen. Oh. Moment. 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 Jason, Matsch. Okay. Nö, 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 nö. Äh. So. Okay. War natürlich. Okay. War natürlich. Ich ja wieder, ja... Man kennt's. Die heißen Reifen, wo gibt's die? Da hinten irgendwo. Der Greifsgeschütz ist noch nicht wieder da. Sehr gut. Der Greifsgeschütz ist noch nicht. Puh, wie schnell Schutter ausartet hier. Ich bin ein Bauchstremmer! Sie sind angegangen! Mit dem Hausfamm? Doch nicht zu einem schwierigen Gegner. Körper! Witzschür! Was ist das? 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 Was? Was ist das? 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 Was ist das?